Dameal. Dameal ist ein Wochentagsengel. Dameal regiert besonders den Dienstag. Dameal ist einer der Engel, die über den Dienstag regieren. Dameal regiert damit einen Tag, der auch dem Mars-Element zugeordnet ist. Und Mars ist der Gott des Durchsetzen, der Aggression, des Angehens, des Enthusiasmus. Auf Französisch heißt ja auch Mardi eben Dienstag, also der Mars-Tag. Im Indischen ist der Dienstag Mangala-Vara. Und Mangala heißt zum einen Wohlergehen und Segen. Mangala steht aber auch für den Mars. Was auch heißen soll, dass wenn man sein Leben selbst in die Hand nimmt und wenn man mit Energie und Enthusiasmus tut, was zu tun ist, dann ist das etwas Segensreiches. Und dafür steht auch Dameal. Dameal ist auch ein Engel, der im fünften Himmel zu Hause ist. Und damit hat er etwas zu tun, man könnte es mindestens interpretieren, mit Vishuddha Chakra. Und Dameal wird vom Osten angerufen. Und Dameal ist auch ein Engel. Und Dameal ist auch ein Engel.